Der folgende Song ist unverwechselbar mit dem 72-jährigen Sänger, Komponist und Schauspieler Howard Carpendale verbunden, meine Freunde nah und fern im In- und Ausland. 1984 wurde Hello Again einer seiner größten Hits. Schon Ende der 70er Jahre begann er Konzerte zu geben und dabei füllte Howard große Hallen und bewies sogar Entertainer-Qualitäten. Komponist dieses Titels ist übrigens der Deutsche Joachim Horn-Bernges, zusätzlich Texter und Musikproduzent. Ja und hier kommt jetzt instrumental Hello Again. Komponist dieses Titels ist übrigens Komponist. Komponist dieses Titels ist übrigens Komponist. Komponist dieses Titels ist übrigens Komponist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und der Erfolg dieses Künstlers ungebrochen. Ja, meine Freunde, präsent werde ich auch in Kürze wieder sein. Und bis dahin, da wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.